Ich hatte noch zwei von den Blockbusters, die waren aus wie Lila-Rufos. Sie waren nicht wirklich Lila, aber wenn sie richtig ins Licht gehalten hat, dann haben sie leicht Lila geschimmert. Und ich dachte, die Dinger müssen weg, hier wimmelt es nur so von vollen. Und dann hab ich gleich beide auf einmal geschluckt. Und dann wurde alles noch viel, viel schlimmer. Warum machen wir jetzt bloß die Tür zu? Jetzt ist alles. Ich werde die Tür jetzt das ganze Gelände machen. Wenn man sich's beeint, dann kommen wir hier nicht mehr raus. Also ich geh jetzt mal, hier ist Bescheid. Ich komm mit deinem Auto. Alles klar, ich bin weg. Ich geh mit deinem Auto an, das gibt's doch gar nicht. Hier ist meine Frau, es geht unter mir immer rein. Bei manchen müssen alle diese Regenstirme. Das müssen Funkgeräte sein. Das können nur Funkgeräte sein. Ich muss hier äußerst für Scheiß-U-Bahn. Ich häng sie ab. Ich werd einfach laufen. Laufen. Ich lauf jetzt los. Aber das sind so viele. Das sind ganz viele Leute. Das müssen wir in den internationalen Freestyle-Drunden sein. Ich bin ein Mensch. Ich spreche jetzt einfach rein. Entschuldigen Sie? Warum betreuen Sie mich eigentlich? Und jetzt fäng ich las. Ich bin so klein. Doch, jetzt ist nicht mehr so. Und jetzt fäng ich las. Ich werd einfach mal den Busch da gekriegen. Aber man will mich nicht verlieren. Alter, jetzt sind wir bei Armeisen. Jetzt weißt du nicht die Scheiß-Armein. Und ich kann hier weg. Da auf die Gereise. Von da können Sie mich nicht sehen. Ich kann nicht zurück zu meinen Korn. Ich kann nicht mehr auf. Ich bin das nicht stüttchen, wo ich vorgehe. Oh ja. Nee, das kann nicht sein. Habe ich mir das alles vielleicht nur eingebildet? Ich bin ich natürlich. Also, ich kann noch nicht mehr wie weiterm wallet. Vielen Dank.